Wir sind heute in meinem Wohnzimmer seit 40 Jahren. Ein Popperle hat gesagt Bimbledon, das Biathlon-Stadion, schlecht sind das Mekka in Rupoldingen. Ich finde es einfach super, vor allem als Vorreiter, weil genau das, was ihr heute macht, es ist ja nicht nur das Logo, sondern es ist etwas erlebbar zu machen. Es ist einfach super, dieser Traumoment freut mich richtig, da dabei zu stehen. Ich habe das Gewinnspiel bei Instagram gesehen und bin selber im Ausdauersport unterwegs und fand es super spannend, hier mal beim Sommerbiath zuzuschauen. Und natürlich auch das Rahmenprogramm außenrum klang sehr vielversprechend. Ganz nette Begrüßung mit Fritz Fischer. Er hat gleich aus dem Nähkästchen geplaudert, ein paar Tipps gegeben, wie es er als Trainer machen würde. Er hat sich die Athleten angeschaut, jetzt nachher dann bei ihm in der Hütte. Das war, glaube ich, auch ganz lustig. Einen eigenen Wettkampf, mal selber ausprobieren, wie das so ist. Ich freue mich schon auf die restlichen Tage. Ja, es macht immer sehr viel Spaß, wenn man Leute auch ein bisschen näher kennenlernt, die den Sport lieben, die beim Sport dabei sind. Es gibt uns ja nur wegen den Fans. Also wir machen es ja hauptsächlich für die Fans, nicht für uns. Und ja, es ist toll, wenn ein Sponsor das auch so lebt, die Partnerschaft. Also wenn es nicht einfach nur irgendwo eine Werbefläche ist, sondern wenn man die Leute auch mal kennenlernt, die da dahinter stehen und wir auch ein bisschen was zurückgeben können von unserem Alltag als Sportler. Ja, es war auf jeden Fall ein total gelungener Tag. Der Fritz Fischer ist saunett, total kribbig, macht einfach Spaß, ja, alle kennen zu lernen. Nette andere Leute dabei und ja, vielleicht gewinnen wir ja mal wieder. Wir würden gerne mal wieder mitmachen. Ich habe ein bisschen hinter die Kulissen gucken dürfen, sich mit Stars unterhalten dürfen und das finde ich schon sehr cool. Ich glaube, wenn man sieht, welche Freude die Leute auch gehabt haben bei meiner beruflichen Aktivität, also Sportler im Biathlon zu sein, hat richtig Spaß gemacht. Die Leute haben das wohl geschätzt, was dahintersteckt. Jeder kann selber mal Biathlet sein. Ich glaube, das war rundum ein richtiger gelungener Tag und danke an die Klu, dass sie einfach das gemacht haben, möglich gemacht haben und ich ein bisschen ein Teil davon sein durfte. Das war die Klu, ich weiß nicht. Ich komme an den zwei Linken. Ich komme an den einen Abend. Wenn ich mich festgehe, kann ich ans Herz auf den Körper sein.